Eisen ist ein essentielles Mineral, das eine Schlüsselrolle in vielen Körperfunktionen spielt. Einschließlich der Sauerstoffversorgung der Zellen und der Energieproduktion. Ein Eisenmangel kann zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen. In unserem heutigen Video beleuchten wir vier akute Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass deinem Körper Eisen fehlt. Nummer 1. Anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung Eines der häufigsten Symptome eines Eisenmangels ist anhaltende Müdigkeit, unabhängig von der Menge an Schlaf oder Ruhe. Eisenmangel kann die Sauerstoffversorgung der Zellen beeinträchtigen, was zu einem Gefühl der Erschöpfung führt. Nummer 2. Kurzatmigkeit Schwierigkeiten bei der Atmung oder Kurzatmigkeit Bei geringer körperlicher Anstrengung können ebenfalls auf einen Eisenmangel hindeuten. Ohne ausreichend Eisen kann der Körper nicht genug Hämoglobin produzieren, was zu einer ineffizienten Sauerstoffversorgung führt. Nummer 3. Herzrasen Unregelmäßiger Herzschlag oder Herzrasen können auftreten, wenn der Körper versucht, den Sauerstoffmangel durch Erhöhung der Herzfrequenz zu kompensieren. Dies ist ein weiteres mögliches Anzeichen für einen Eisenmangel. Nummer 4. Brüchige Nägel und Haarausfall Eisenmangel kann zu brüchigen Nägeln und verstärktem Haarausfall führen. Da Eisen eine wichtige Rolle bei der Zellteilung spielt, kann sein Mangel die Erneuerung der Zellen beeinträchtigen, die für starkes Haar und gesunde Nägel verantwortlich sind. Wenn du eines oder mehrere dieser Symptome bemerkst, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen, um deinen Eisenstatus überprüfen zu lassen. Eine angemessene Diagnose und Behandlung können helfen, die Symptome zu lindern und deine Gesundheit zu verbessern. Hast du schon einmal Erfahrungen mit Eisenmangel gemacht? Teile deine Geschichte und Tipps zur Verbesserung des Eisenstatus in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um mehr informative Videos zu Gesundheitsthemen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!